Natürlich auch interessant, da habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, Tankheizung. Jetzt ist klar, es ist Winter und wenn hier natürlich Wasser drin ist, kann das natürlich gefrieren. Das heißt, man muss sicherstellen, dass dieser Tank immer nicht frieren kann, sonst gibt es natürlich einen ganz schönen Schaden. Also noch nie darüber Gedanken gemacht, aber jetzt wisst ihr auch, dass es das gibt.